ja dann fangen wir mal gemütlich an zum reden ein bisschen also hallo heute zu dieser folge mit der lieben sonja und dem lieben andy die ja beide sonja du warst schon einmal auf dem youtube kanal zu sehen bei deinem trainingsvideo demnächst folgt ein zweites trainingsvideo mit dir und der andy war auch schon ein paar mal zu sehen auf dem youtube kanal und ihr habt jetzt gerade einen wettkampf beziehungsweise eigentlich mehrere wettkämpfe hinter euch aber der letzte wettkampf war jetzt vorgestern eben gelb also am fünften november das war die weltmeisterschaft vom deutschen was fitness und fitnessmodel verband wenn ich mich jetzt recht entsinne die weltmeisterschaft fitness for the region wff in berlin und naber musst du dazu sagen und naber also world fitness for the nation und naber und naber ist der bekanntere verband ja gut ja es ist richtig die sind internationaliert aber in dem fall war sie nur die weltmeisterschaft der world fitness for the region wenn ich auf die medaille guckst du drauf also die haben die naber bewusst rausgelassen weil das zwei verschiedene teilbereiche bei denen sind aber sonja recht die naber ist der ältere verband und die faktisch der dachverband für die world fitness verrichten und so war das völlig richtig okay also habt ihr jetzt in einer masters klasse mitgemacht nehme ich an ich habe in zwei masters klassen mitgemacht ich habe in masters figur mitgemacht das war sehr nett das war in beiden fällen ich habe da noch masters bikini mitgemacht aber bei masters bikini habe ich nicht gefragt und so war ich mit den jungen damen über 30 da waren schon masters zusammen und das war ein bisschen sehr schwer es waren beide klassen sowohl die figur klasse als auch die bikini klasse sehr gut bestückt also einmal waren es acht athletinnen einmal waren es neun also das ist ein schönes feld kann man wirklich sagen und das niveau war sehr hoch also besonders bei den damen war wirklich sehr sehr hoch und die halle also ich meine die veranstaltung selber war sehr sehr gut organisiert es war eine angenehme halle also sie war nicht so groß auch die bühne war nicht so groß also man konnte mit dem gewohnten posing dort arbeiten also nicht dass man plötzlich jetzt ganz andere raumverhältnisse hat das war sehr angenehm publikum war sehr spärlich also ich glaube es waren fast nur angehörige von den kandidaten von den athletinnen dort weil das die halle war ziemlich leer hast du das auch so in erinnerung an die habe ich ja genau so wobei ich sagen muss das stört mich eigentlich nicht weil das ist meistens normal bei diesen veranstaltungen weil die tickets kosten doch recht viel und das interesse ist meistens nur von den angehörigen das heißt ja und bei dem wettkampf davor den wir gemacht haben in bad langen salzer war das ähnlich da war auch die halle kleiner aber die halle in bad langen salzer die war besonders schön weil das war eigentlich so fast ein theatersaal den kannten wir schon und dann waren wir zum zweiten mal und dort fühle ich mich eigentlich immer sehr sehr wohl aber jetzt die weltmeisterschaft die da waren halt auch mehr athleten im start als in dem vorherigen wettkampf okay das heißt sonja du hast du schon angesprochen ihr habt jetzt nicht nur diesen wettkampf gemacht sondern ihr macht es wäre wettkämpfe im jahr weshalb ich euch fragen wollte beziehungsweise ich nehme mal an oder ich weiß es ja sogar ihr seid ja das ganze jahr über sehr gut in form eigentlich und macht jetzt keine masse oder aufbau phasen und tut sich dann wieder runter diäten sondern das hat ja eigentlich auf einem relativ stabilen level das ganze jahr über sage ich jetzt einmal deshalb wie schaut dann jetzt konkret vor einem wettkampf noch die die vorbereitung aus bei euch ja söner fängst du also ich glaube da kann dann so ja ich nein wollte gerade fast dir geben also bei mir ist die vorbereitung vor allem einmal dahin hingehend dass bei mir das styling passt also das ist immer eine große herausforderung also sowohl von der frisur her als auch vom make-up her und dass ich da wenn das jetzt nicht in Wien stattfindet immer alles gut genug eingepackt habe und mir das vom zeitlichen ablauf her genau auch mit dem tanning genauso gut überlegt dass das dann auch passt also man kriegt das so einen zeitablauf bei jedem wettkampf und da muss man schauen dass man rechtzeitig also die farbe drauf bekommt also das sogenannte tanning und das make-up ist sinnvollerweise nach dem tanning und die frisuren normalerweise auch und dass man dann halt rechtzeitig auf der bühne ist also das ist meine vorbereitung also du meinst vorbereitung trainingstechnisch oder ernährungstechnisch also diese vor bei dieser vorbereitung nehme ich eigentlich keine änderungen vor das heißt solange ich vorher kann trainiere ich ganz normal meinen plan weiter wenn ich dann in den zug steige und dorthin fahre kann ich nicht mehr trainieren das heißt da endet das training wenn ich dann dort vor ort bin mache ich kein training mehr außer kurz vor dem auftritt und pump man sich auf mit einem gummiband oder mit mit handeln damit die muskeln ein bisschen durch wärmt sind und besser zur geltung kommen auf der bühne aber trainingstechnisch mache ich dort eigentlich nichts mehr und ernährungstechnisch nehme ich eigentlich auch keine änderungen vor aber es ist so dass ich mein essen mitnehme also ich pack es ein und habe es immer vor ort also ich zähle auch dort meine kalorien und wenn der wettkampf vorbei ist dieses bei vielen athleten so beliebte belohnungsessen nachher also das findet bei mir nicht statt das einzige was am selben ja das einzige was am selben tag ist ist ab der früh weg trinke ich nichts mehr also vor allem auch wenn ich dann den ganzen tag noch im bikini stehe und dann wenn das figur bikini hinten über kreuz geschlossen ist ist es sehr schwer das zu öffnen also ich trinke den ganzen tag nichts mehr und bei mir ist das belohnungsessen eigentlich ein belohnungs trinken nicht also in dem moment wo ich von der bühne runter komme stürze ich sofort zu einer flaschen wasser ja und da ziehe ich mir dann mindestens einen halben liter bis einen liter wasser rein weil da bin ich dann schon sehr glücklich dass ich was trinken kann ja das ist meine vorbereitung der andi hat es ein bisschen professioneller gemacht bei mir ist es schon eine umstellung in eingeschränktem maße es war so in der vergangenheit bevor sondern ich ein paar geworden sind schon so dass ich vor einem wettkampf bis zu 20 kilo abgenommen habe also wo ich aufbauphase massephase hatte und dann in die diätphase die diätphase dann mitunter ausgedehnt auf 18 12 wochen das ist inzwischen vorbei für bad langen salz habe ich eigentlich überhaupt keine spezielle vorbereitungen gemacht was essen oder trinken anging für die weltmeisterschaft dann doch das heißt also speziell in dieser letzten woche vor dem wettkampf da gibt es eben dann das letzte beintraining am montag damit die beine wirklich dann am wettkampf der hart sind da gibt es also eine alte regel aus den 80ern 90er jahren noch eine woche kein beintraining ist eine gute voraussetzung um die definitionen dann zu bringen damit eben faktisch keine muskel reparaturen stattfinden damit so faktisch auch keine ödem bildung bein ist also muss die beine hart bekommen montag setzte beintraining auch setzte bauchtraining dann mittwoch oder donnerstag setzte oberkörpertraining danach hat es dann gesagt geht es in die bahn und was das essen und trinken angeht habe ich dann mutig dann auch vor der weltmeisterschaft montag bis mittwoch mal meine fünf bis sechs liter getrunken wasser beziehungsweise kaffee und auch reichlich gesalzt und dann ab donnerstag das ganze gekippt das heißt also ab donnerstag wurde dann die flüssigkeitszufuhr reduziert freitag habe ich dann bewusst mal maximal noch ein liter getrunken also auch nicht mehr so wie früher wo man dann teilweise am freitag bloß eine tasse getrunken hat das ist mir zu gefährlich geworden aber noch ungefähr ein liter statt eben fünf liter und dann eben auch wirklich spätestens ab freitag keinerlei salz mehr das ist also die manipulation von diesem adiuritin aldosteron mechanismus will ich jetzt nicht so weit das medizinische gehen ja du kannst auf diese art und weise faktisch die haut ein bisschen dünner bekommen indem du dann wirklich das wasser rausbekommst und gleichzeitig der muskelheit überheißt und außerdem habe ich dann auch wirklich die kohlenhydrate dann ab montag bis mittwoch mal reduziert und ab donnerstag dann angefangen mutig aufzuladen mit kohlenhydraten das macht sich wirklich ein bisschen bemerkbar ja also das ist schon ein bisschen was hast du so ein schiedmehl nach dem wettkampf wo du dann die kohlenhydrat speicher wieder auffüllst also schiedmehl in dem sinne von einer speiseeis party die es damit unter den gab habe ich nicht mehr als ich habe auch nach dem wettkampf da kein eis gegessen ich bin ja sowieso das ganze aber vegetarier ähm trinke auch kein alkohol ähm also ich habe auch nicht gemacht aber ich habe dann mal wirklich nach dem wettkampf beispielsweise mal was habe ich gegessen irgendwo stück hofen habe ich wochen gegessen auf laden anti-proteinischen klauen ich habe nach dem wettkampf dann mal eine flasche saft getrunken okay ganz gefährlich also gestempft ja wie schaut es am wettkampftag selbst aus sonja du hast schon gesagt also man haben sie man während die muskulatur dann ein bisschen mit gummibändern oder vielleicht der handtung oder im handtuch oder so auf und ansonsten wartet man einfach ab oder was passiert da also die größte herausforderung bei mir ist meistens abhängig von der jahreszeit eigentlich nicht zu erfrieren weil wenn man in die tanning in dieses also ich mache immer das spray tanning also wie ich man kann ja mit verschiedenen methoden sich bräunen entweder man macht selber mit dem farbeauftrag oder man geht zum spray tanning ich gehe meistens zum spray tanning da ist die die firma pro tan meistens vor ort ich habe das ganz gern weil das sehr praktisch ist weil da braucht man selber nicht die farbe mitschleppen und nicht mit dem gummiroller stehen und so weiter und vor allem es ist gleichmäßig aufgetragen aber das problem ist man geht da in so ein zelt hinein und in dem zelt muss man sich natürlich nackt ausziehen weil das muss am ganzen körper sein und da ist einem kalt und dann muss die farbe trocknen und dann steht man so zu seinem lüftungsgerät und wird auch noch mit der kalten luft angestrahlt also es ist immer ein kampf gegen das erfrieren vor allem wenn man natürlich ausgehungert ist und dieses mal ist mir die zündende idee gekommen ich habe so ein kleines handwärmgerät so einen kleinen ball den kann man mit mit einem usb kabel aufwärmen und dann in der hand halten und da geht ein bisschen wärme raus und das hat mir komplett gehofft ja ja und dann stehst du also und dann wartest du in dieser tanning booth ungefähr 20 minuten bis du endlich trocken bist dann ziehst du dir den bikini an und dann wartest du auf deinen auftritt und dann bist du im bikini das ist auch ziemlich kalt ja also und vor allem du kannst dich dann kaum mehr niedersetzen weil wenn es dich niedersetzt veröhnest du die farbe nicht dass du das dann die ganze zeit und wenn du pech hast stehst du auch noch in den stöckelschuhen weil wenn die zieht man es knapp vorher an damit man möglichst wenig in den stöckelschuhen mit denen man auf die bühne muss stehen muss aber es geht dann schon relativ an die substanz nicht also das ist irgendwie mühsam so spricht streng katholisch erzogene wiener katholikin die stöderfaser nackt in den beulungsseln und stürzt sich daran dass er kalt ist also das glaube ich hat mit dem katholizismus nichts zu tun aber bei mir schuld weil mich hat das am anfang nicht gestört ich habe mich da schiniert das ist wie beim arzt nicht beim arzt dem arzt ist es auch egal auch das glaubst du nur ja egal gut okay okay andy wie hast du so erlebt oder wie erlebst du so den den tag des wettkampfes selbst ja immer als belohnung ja also am wettkampftag ist dann das schlimmste geschafft das war wenn dann am tag des wettkampfes faktisch die diät endete und die edit ja schon quasi vorhabe du einfach aufzuladen ja so da ist ja schon erstmal wo dich das überleben erstmal sozusagen gewährleistet dass du wieder was essen kannst das problem ist nur du musst als wenige trinken überstehen das ist ja auch nicht mehr so ausgeprägt das war ja mal viel schlimmer also man verhungert nicht mehr aber verdurstet dann im schlimmsten fall auch das ist weitestgehend überstanden und dann ist es eigentlich ganz angenehm wenn ich dann irgendwo sehe es sind nicht allzu viele konkurrenten da weil für mich ist das wettkampf immer erfolgreich wenn ich bis zum schluss dabei bin diesmal waren also sechs leute da habe ich mir gedacht okay wenn ich nicht von der bühne falle bin ich im finale weil sechste sind im finale und das war mein ziel und dann war abzusehen ich gucke mir mal dann so ein bisschen heimlich meine konkurrenten an ja gut du wirst wahrscheinlich ordentlich letzter werden vorletzter wirst du auch nicht dann zähle ich mir mal so ein bisschen durch wo ich ungefähr sein könnte und ich war öfter kampfrichter um mich einigermaßen real einschätzen zu können und da waren wir diesmal also schon klar ich habe zwei gesehen habe ich sofort gesehen never ever wie sonja immer das formuliert da kommst du nie vorbei also bist du günstigsten falls dritter und dann war einer dabei dann guckte ich meine dachte naja in bad langes halster bei der deutschen hat er mich geschlagen diesmal bin ich besser in form könnte klappen hat aber nicht geklappt und damit war ich vierter aber damit kann ich gut leben also ich war damit voll zufrieden und das ist immer so für mich das ist das wichtigste wenn ich also schon im vorhinein ungefähr absehen kann dass ich im finale bin weil es ist für mich unschön wenn ich zum wettkampf fahre und kriege der vorhinein raus da bin ich nicht bis zum schluss dabei presse es mir wurscht ich muss nicht gewinnen habe es auch im finale aber es war haarscharf an die wirklich es war haarscharf ja also den dritten den hätte ich dir auch ganz gern gegönnt sage ich einmal also bei mir ist das wichtigste kann ich ganz kurz fragen an in welcher klasse bist du angetreten ich ja männer über 60 also wo dich bodybuilding ja über 60 also ja die hardcore variante keine abgemilderte wff variante und die leistung oder athletik oder so sondern wo dich männer über 60 okay und sonder war da war einer der reihe den kannte ich noch aus kein witz aus der ddr okay aus der zeit als mauer noch stand der frank heinemann war damals in der ddr ein aufsteigender star nach peter hänsel also bitte muss dir vorstellen peter hänsel ist in den westen gegangen war ab 1984 schon nicht mehr auf der bühne war schon 83 mehr dabei ähm und jetzt war die frage wer wird sein nachfolger im schwergewicht und da war in berlin ein gewisser ähm rolf weber der sich das erhofft hatte ähm nachdem ein kurzfristiger äh nachfolger äh aus brandenburg wieder weg war und der rolf weber ist aber nicht geworden weil plötzlich ein frank heinemann aus thüringen aus der versenkung kam und den rolf weber auf der bühne regelrecht deklassiert hat also der frank heinemann war wirklich da entbegnadeter schwergewichts äh nachfolger gewesen schwergewichts meister und ich habe den nach der wende aus den augen verloren da hat dann in thüringen ein fitnessstudio eröffnet und den habe ich in bad langen salz da wieder getroffen und denke mir das kann doch nicht sein äh frank heinemann das vor 33 jahren und der hat jetzt aber wieder angefangen und der ist dort vize weltmeister geworden also den habe ich dann wieder getroffen das war schon interessant für mich interessant war aber dass er vize weltmeister wurde weil das ja wirklich gnadenlos aus wenn dann war aber einer da hat ja noch geschlafen also ich nicht für möglich greifen aber noch gut okay ja und sonja du bist gleich in zwei klassen angetreten ja in damenfigur also figur und bikiniklasse wobei die bikiniklasse die hätte ich mir fahren sollen weil da war masters über 30 und da bist du völlig chancenlos ja also bei den bei den damen war es nicht so da war es glaube ich die grenze 50 über 50 und da würde ich in ein paar klassen nicht auch wenn ich jetzt schon 60 bin also da war es kein problem also für mich ist die große herausforderung immer das posing weil anders als bei den männern ist es bei uns eigentlich immer unbefriedlich weil wir in der figurklasse in der ersten runde sozusagen einen sogenannten tivok machen um uns zu präsentieren bevor dann die pflichtposen abgefragt werden und wie der tivok auszusehen hat das ist eigentlich fast bei jedem wettkampf irgendwie anders und beim bikini erst recht und das ist immer ein bisschen mühsam da schaut man dann immer wie macht die das dann davor und da ist immer dann die schrecksekunde dass man in der letzten sekunde noch ein bisschen was ändert von dem was man selber vorbereitet hat also für mich ist der erleichternde moment dann immer wenn wenn eigentlich der tivok vorbei ist weil mit dem pflichtposen habe ich kein problem die sind relativ simpel und immer gleich aber diese präsentation also seiner selbst also das ist das was mir eigentlich am schwersten fällt beim wettkampf und bin immer erleichtert wenn das gut funktioniert ja bist du in summe aber trotzdem zufrieden mit dem wettkampf naja also mit der figurenklasse auf jeden fall und bei der bikiniklasse bei der bikiniklasse habe ich einfach nur gelernt dass ich sorgfältiger fragen muss beim einschreiben ja also es normalerweise steht auf der auf dem auf der information für die athleten bei der klassenangabe drauf masters über 55 masters über 60 oder was auch immer und diesmal stand nur bikini all classes ja und all classes da habe ich mir automatisch gedacht das ist halt masters so wie bisher und ich hätte aber fragen sollen und wenn ich gefragt hätte beim einschreiben hätte ich erfahren dass das über 30 ist nur und dann hätte ich beim einschreiben schon sagen können mir denken können naja das ist eigentlich nichts für mich und hätte diese klasse eigentlich nicht nicht absolviert und ich bin zu spät drauf gekommen erst als wir schon uns eingereiht haben um auf die bühne zu gehen habe ich gesehen das sind lauter ganz junge mädchen und da bin ich erst drauf gekommen und da wollte ich jetzt dann nicht mehr die Leute hängen lassen weil da war ich schon eingeschrieben und dann hat der Kampfrichter schon meinen Namen und dann war ich aufgerufen gehe nicht auf die bühne also das kann ich nicht machen und deswegen habe ich es gemacht aber das war mir dann unangenehm weil da habe ich irgendwie nicht hineingepasst aber das war mein eigener Fehler ich hätte einfach jedes Detail muss man erfragen also wie du vorher nach der Vorbereitung gefragt hast man muss halt einfach immer mitdenken und jedes Detail das sorgfältig überprüfen und das habe ich halt nicht gut genug gemacht aber sonst das war eine wirklich gut gemachte Veranstaltung man trifft dann immer sehr viele Leute die man schon kennt und also zum Beispiel ist eine von uns befreundete Athletin gekommen deren Freundin so Fitnessbegleitung herstellt mit so Strasssteinen und die hat dort einen Stand aufgebaut gehabt und die sieht man weil die halt auch in Deutschland leben und ich bin Österreicherin sehe ich halt die nur sehr selten und das macht immer große Freude wenn man dann diese Leute wieder trifft und wieder sehen kann und insofern ist es auf jeden Fall eine gelungene Veranstaltung gewesen und schon allein dass ich es mit Andi machen konnte ist ja auch was was besonders Schönes wenn man das mit dem Lebensgefährten teilen kann ja das waren auf jeden Fall schöne Schlussworte danke für eure Eindrücke und hoffentlich sehen wir uns wieder bei weiteren Videos und ich zeige jetzt noch die Deteilgewehr die muss ich noch herzeigen weil da steht Berlin 23 und das steht auch auf der Schleife und wir haben eine ganz tolle Urkunde bekommen die halte ich jetzt auch noch in die Kamera so auch eine Änderung ein bisschen nach rechts noch so ein bisschen rauf ja so jetzt dann kann ich auch meine Demonstrationen sparen ich habe dieselben Do it Do it Come on Come on